So, der Hund muss drücken, das geht auf diese Art und Weise, oder so. Drücken, 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 ganz, ganz wichtig. Und die dritte Variante, der Hund, Hand hier drunter und wieder drücken lassen. So wird gedrückt und so geht der Stress raus. Gut, come on, good. Ready, good girl. Yeah. Ready, good. Wow, it looks good. Yeah.